Wie kann ich Gott erleben? Von Chris Morphew Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich habe Urlaub. Deshalb diese exklusive Lesung. Kapitel 5 Wie und warum sollte ich beten? Wenn Menschen darüber reden, dass Gott weit weg erscheint, ist das Gebet eine Sache, die sie oft erwähnen. Du redest zu Gott, aber es fühlt sich so an, als würdest du mit dir selbst reden. Du bittest ihn um etwas, aber er gibt es dir nicht. Du betest, dass eine bestimmte Sache nicht passiert, aber sie passiert trotzdem. Warum also überhaupt noch beten, wenn es scheinbar gar nichts bringt? Nun, es kommt vermutlich darauf an, wozu Gebet deiner Meinung nach gedacht ist. Verstehe mich nicht falsch. Gott liebt es, unsere Gebete zu erhören. Und auf irgendeine Art und Weise tut er das auch immer. Aber ich glaube, bevor wir dahin kommen, Gebet wirklich zu genießen, wir als erstes erkennen müssen, dass es um so viel mehr geht, als darum, dass Gott macht, was wir wollen. Ich möchte dir zeigen, was ich meine. Sieh dir dieses Gebet an, das Jesus seinen ersten Auszubildenden beigebracht hat. Zunächst mal eine Frage. An wen ist dieses Gebet gerichtet? Wer wird angesprochen? Ich meine, klar, Gott natürlich. Aber das Gebet fängt nicht an mit Lieber Gott. Es fängt an mit Unser Vater. Und das ist eine Riesensache. Das Wort Gott bedeutet für alle möglichen Leute alle möglichen Sachen. Aber hier lädt uns Jesus ein, Gott mit derselben Sicherheit und Vertrautheit zu nahen, wie ein Kind, das mit seinem Vater spricht. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Vätern und sie sind nicht alle toll. Wenn Gott also unser Vater im Himmel ist, was für ein Vater ist er? Um das zu beantworten, müssen wir nur die Bibel aufschlagen und auf Jesus schauen. Denn Jesus sagt, dass jeder, der ihn gesehen hat, auch den Vater gesehen hat. Johannes 14, Vers 9 Wenn du siehst, wie Jesus Menschen annimmt, die von allen anderen unbeachtet bleiben, so ist unser Vater im Himmel. Wenn du siehst, wie Jesus geduldig es mit seinen Jüngern aushält, egal wie oft sie Mist bauen und ihn wieder mal um eine neue Chance bitten müssen, so ist unser Vater im Himmel. Wenn du siehst, wie Jesus an einem Kreuz hängt und sein Leben gibt, um für all die Weisen zu bezahlen, auf die wir unseres verpfuscht haben, und wie er für die Menschen, die ihn zu Tode quälen, um Vergebung fleht, so ist unser Vater im Himmel. Und je mehr wir all das erkennen, desto mehr wird unsere Erfahrung des Gebets erneuert. Gott als deinen liebenden Vater zu erkennen, bedeutet zum einen, dass du dir keine Sorgen mehr darüber machen musst, ob du die richtigen Worte benutzt. Ein Gebet ist keine Rede. Es ist ein Gespräch mit jemandem, der dich liebt, der dich besser versteht als du dich selbst und der weiß, was du meinst und was du brauchst, selbst wenn du nicht die Worte dafür findest. Römer 8, Vers 26 Also sag einfach, was dir auf dem Herzen liegt, und sei sicher, dass Gott es verstehen wird und dass du ihm wichtig bist. Und da Gott dein liebender Vater ist, gibt es nichts, was du ihm nicht sagen darfst. Sieh dir dieses Gebet von König David an. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg? Du hörst mein Schreien nicht. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe bei Nacht und finde nicht Ruh. Psalm 22, Verse 2 bis 3 David hält sich nicht gerade zurück, oder? Er schüttet sein ganzes Herz vor Gott aus und sagt exakt, wie er sich fühlt. Und genau so lädt Gott auch uns ein, zu ihm zu kommen. Gott weiß bereits alles, was du denkst und fühlst. Also kannst du auch gleich ehrlich zu ihm sein. Und je mehr du lernst, deine tiefsten Gedanken und Gefühle mit Gott zu besprechen, desto mehr wirst du entdecken, dass du dich darauf verlassen kannst, dass Gott dir durch alles hindurchhilft, was das Leben dir an Schwierigkeiten bereitet. Zurück zu dem Gebet von Jesus. Als nächstes lesen wir, Dein Name werde geheiligt. Die Grundidee ist hier, dass wir Gottes Größe und Liebe erkennen und ihn so behandeln, wie es ihm zusteht. Jesus möchte, dass wir dafür beten, Gott immer besser kennenzulernen und dass auch die Menschen um uns herum, die ihn noch nicht kennen, ihn ebenso lieben und ehren lernen. Das wiederum bringt uns zum nächsten Satz. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Jesus lädt seine Auszubildenden ein, mit Vorfreude den Tag zu erwarten, an dem er sein Reich auf die Erde errichtet. Das heißt, wenn er zurückkommt, um diese Welt wieder zu unserem Perfekten zu Hause zu machen. In der Zwischenzeit können wir Gott um seine Hilfe dafür bitten, dass wir als Menschen leben, die jetzt schon zu diesem künftigen Reich gehören. Jetzt, hier und heute. Als Menschen, die von Gottes Liebe so verändert werden, dass wir wiederum ihn und andere lieben. Im nächsten Teil des Gebets geht es darum, Gott um das zu bitten, was wir brauchen. Zuerst aber will ich dich auf Folgendes hinweisen. Jesus sagt nicht, dass wir beten sollen, mein tägliches Brot gib mir heute, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. Dieselbe Ausdrucksweise sehen wir in dem gesamten Gebet. Unser Vater, vergib uns, führe uns, erlöse uns. Offenbar geht es im Gebet nicht bloß um mich, sondern um uns. Auf der ersten Ebene also bittest du Gott, dir dein tägliches Brot zu geben. Doch dabei geht es nicht nur um Essen. Bitte ihn um was immer du brauchst und danke ihm, wenn er es dir gibt. Auf der nächsten Ebene betest du dann für andere, dass du Gott bittest, den Menschen um dich herum zu helfen. Aber ich glaube, es gibt hier noch eine andere, tiefere Ebene. Wenn du dich daran erinnerst, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir gemeinsam mit ihm über seine Welt herrschen und sie bewahren, dann sollte es uns nicht überraschen, dass ein wichtiger Kanal, der Gott zur Wahl steht, um Menschen zu helfen, andere Menschen sind. Das bedeutet, dass deine Gebete auch eine Möglichkeit sind, dich auf die Art und Weise einzustellen, wie Gott dich vielleicht einlädt, seine Antwort auf das Gebet eines anderen zu werden. Frag dich also, wer um dich herum nicht sein tägliches Brot hat. Wer hat nicht alles, was er oder sie täglich braucht? Und wie Gott dich möglicherweise zum Helfen einlädt. Wie kannst du das nutzen, womit Gott dich gesegnet hat, um für andere ein Segen zu sein? Das Gebet eröffnet uns auch die Möglichkeit, Gott zu bitten, vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung. Zu bekennen, wenn wir uns an ihm oder an anderen schuldig gemacht haben, ihn um Vergebung zu bitten und um Hilfe, uns von allem fernzuhalten, was uns versuchen will, dieselben zerstörerischen Entscheidungen wiederzutreffen. Aber auch hier heißt es nicht einfach, vergib mir, sondern vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, bietet dir Gott grenzenlose Vergebung. Immer wieder, egal wie oft du sie brauchst. Weil Jesus am Kreuz deine ganze Schuld schon bezahlt hat. Aber Gottes Vergebung uns gegenüber sollte damit Hand in Hand gehen, dass wir anderen Menschen vergeben. Gottes Vergebung zu erfahren, bedeutet mit der Hilfe von Gottes Geist zu lernen, den Menschen in unserer Umgebung mit derselben grenzenlosen Vergebung zu begegnen, mit der Jesus uns begegnet. Wie nehmen wir nun all das und bauen es in unseren Alltag ein? Bei mir sieht das folgendermaßen aus. Erstens versuche ich, wie schon gesagt, jeden Tag mit ein paar ruhigen Momenten im Gebet zu beginnen. Bevor ich irgendetwas anderes mache, bevor ich die Nachrichten auf meinem Handy lese oder mir über irgendetwas Gedanken mache, das ich an dem jeweiligen Tag machen muss, nehme ich mir ein bisschen Zeit, um still zu werden und mich daran zu erinnern, dass Gott bei mir ist und geduldig darauf wartet, dass ich meinen Fokus wieder auf ihn richte. Ich danke Gott für den neuen Tag. Ich bete für meine Freunde und Familie und für jeden, den Gott mir gerade aufs Herz legt. Ich bitte Gott, mir zu helfen und mich durch alles hindurchzuleiten, was am Tag auf mich zukommt. Und ich bitte ihn, mich immer wieder daran zu erinnern, dass er den ganzen Tag bei mir ist. Mir zu helfen, all die Arten und Weisen zu bemerken, wie er mich segnet und für mich sorgt und all die Gelegenheit wahrzunehmen, die er mir gibt, damit ich seine Liebe bei den Menschen in meinem Umfeld übe. Das bringt mich wiederum zu der zweiten Weise, auf die ich versuche, das Gebet zu einem regelmäßigen Part meines Lebens zu machen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die bei mir immer eine gewisse Verwirrung ausgelöst hat. Freut euch alle Zeit. Betet immer zu. Sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er euch durch Christus Jesus möglich macht. 1. Thessalonicher 5, Verse 16 bis 18 Denn was heißt es, immer zuzubeten? Gott kann ja sicher nicht von uns wollen, dass wir die ganze Zeit beten. Was ist mit all den anderen Sachen, die wir erledigen müssen? Doch dann fing ich an zu verstehen, dass Gott uns nicht zum Beten einlädt, anstatt unser restliches Leben zu leben. Er lädt uns zum Beten ein, während wir unser restliches Leben leben. Bruder Lawrence, ein Ausbildender von Jesus, der vor 400 Jahren lebte, nannte das die Gegenwart Gottes erlernen. Damit meinte er, dass es uns immer mehr in Fleisch und Blut übergehen sollte, dass wir uns an Gottes Gegenwart und Liebe erinnern. Und das ist ganz einfach. Erinnere dich im Laufe des Tages so oft du daran denkst, dass Gott bei dir ist. Wenn du etwas bekommst, danke Gott dafür. Wenn du merkst, dass du Mist gebaut hast, sag Gott, dass es dir leid tut. Wenn du mit jemandem redest, bete für diese Person. Es muss kein langes, kompliziertes Gebet sein. Ein einfaches Danke oder Entschuldigung oder Bitte hilf mir in deinen Gedanken reicht aus. Eine oder zwei Sekunden genügt. Aber ich habe festgestellt, je mehr ich die Gegenwart Gottes erlerne, desto näher fühle ich mich ihm und desto mehr von seiner Liebe, seiner Freude und seinem Frieden erlebe ich. Meine dritte Gebetsgewohnheit praktiziere ich am Ende des Tages, wenn ich im Bett liege. Ich denke an meinen Tag zurück und stelle mir ein paar Fragen. Als erstes, Was ist gut gelaufen? Was gab es, für das ich dankbar sein kann? Ich nehme mir einen Moment, um Gott für diese Dinge zu danken. Zweitens, Was ist nicht gut gelaufen? Wofür muss ich mich bei Gott entschuldigen und wovon muss ich mich abwenden? Ich nehme mir einen Moment, um bei Gott diese Dinge zuzugeben und ihn um Entschuldigung zu bitten. Das tue ich in dem Wissen, dass er schon darauf wartet, mir zu vergeben. Drittens, Wie fühle ich mich am Ende des Tages? Ich versuche, so ehrlich zu sein, wie es geht und bete mit Gott diese Gefühle durch. Zerbricht dir nicht den Kopf darüber, diese Schritte exakt so zu befolgen. Zerbricht dir noch nicht einmal den Kopf, wenn du bei der Hälfte einschläfst. Das Wichtigste ist, dass du deinen Tag mit Gott beginnst und beendest und alles mit Gott zusammen verarbeitest, so als würdest du mit einem Freund oder einer Freundin darüber reden. Ein letzter Tipp. Erinnerst du dich noch an das Dankbarkeitsnotizbuch, das ich im letzten Kapitel erwähnt habe? Überlege dir, ob du es nicht zu einem Gebetstagebuch ausweitest. Schreibe zu Beginn des Tages oder wann immer es für dich am besten funktioniert, nicht nur das auf, wofür du dankbar bist, sondern auch, um was du Gott bitten willst, wofür du dich bei ihm entschuldigen willst oder was dich sonst noch so bewegt. Das wird dir zum einen helfen, deine Aufmerksamkeit auf das zu richten, wofür du betest. Zum anderen liebt Gott es, wie schon gesagt, unsere Gebete zu erhören, auch wenn es beim Beten um so viel mehr geht, als darum, dass Gott tut, was du willst. Einige dieser Gebete aufzuschreiben, gibt dir die Möglichkeit, nach einem Monat oder einem Jahr zurückzuschauen und zu sehen, wie oft Gott sie tatsächlich erhört hat, wenn auch vielleicht nicht genau so, wie du es erwartet hast. Das war's für heute. Bitte bete für den evangelistischen Verteileinsatz von OM in Berlin an Ostern. Ich habe dazu mit Freunden einen Chatbot entwickelt. Auf www.osterhase.chat kann man sich mit dem Osterhasen über Jesus unterhalten. Wenn du diese evangelistische Aktion auch finanziell unterstützen willst, dann findest du alle Infos unter www.biblebots.de Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen. 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 Vielen Dank.